Willkommen zurück zu Earthworld Apes Exodus! Jawoll! Schaut euch die Slogs an, die Geifern, die... also... Ich hab ihnen doch genug Fleisch gegeben. Wir retten erstmal die Muddarkens. Außerdem ist blindes Fleisch wahrscheinlich gar nicht so nahmhaft. Man weiß es nicht genau. Okay, alle gerettet. Aber da fliegt ein Gleis, entflohende 161! Wow! Okay, Ausgang, Ausgleis. Soll es eine 4 darstellen? Wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum Gleis 4? Oh, der Zug! Der Zug! Die Boneworks! Jawoll! Boneworks, Boneworks, wir stehen auf eurer Seite. Jetzt kommt eine Zwischensequenz, aber ich werde meinen Ton nicht rausschneiden. Da es einfach nur eine Zugfahrt ist zu den Boneworks, wie schon erwähnt. Der Zug, der guckt aber auch grimmig, ey. Aber das Verfahren gefällt mir, wie der fährt. Muss man erstmal hinkriegen. Aber ist voll aufwendig in der Konstruktion, oder? Und wahrscheinlich total unvorteilhaft, ey. Aber sieht cool aus. Bitte nachbauen in real life. Danke! Schickt ein Foto. Schön, dass wir angekommen sind. Übrigens gibt es auf Earthworld.de irgendwie eine Landkarte, die zeigt, wo die Orte sind. Und irgendwie die am weitesten auseinanderliegenden Orte sind Raptor Farms und Boneworks. Aus Earthworld 1 und 2. Boneworks! Das freut mich. Das ist ein richtig cooler Level. Eigentlich soll man mit dem ja vom Schwierigkeitsrat her zuerst machen. Aber es liegt bei Hacken liegen halt auf dem Weg. Also... Habe ich die zuerst gemacht. Also erst den Kack gemacht und dann... Willkommen Boneworks! Tja, du Fleck! Was? Knochen in der Unterhose? Moment. Da steht was. Knochen in der Unterhose! Hinauszuschmuggeln ist ein grün Grund zur fristlosen Liquidierung. Oh, schade. Okay. Warum sollte ich Knochen schmuggeln in meiner Hose? Na, egal. Und Jump, Jump, Jump! Oh, habt ihr das gesehen? Das war Skill. Ich hab's so getan, wenn's wäre Skill. Oh, ein Sieg! Das war kein Skill, den aufzuwecken. Oh nein! Der schläft oder was? Das tut mir nix aus. Na, das ist halt jetzt Kacke da. Hi! Hey, immerhin der Aufzug fährt! Oh, yeah! Der Aufzug ist weitergefahren. Ohne Mensch. Schon wieder kein Skill. Ich bin Depp! Ach, komm, egal. Und tschüss, Mann. Was? Da bekommt ihr schon nix mehr mit. Und hier haben wir wieder die Nachrichten. Das News-Bulletin. Viel Spaß, Leute! Die Magogs auf dem Vormarsch. Nachrichten und Unterhaltung. Direktor Fleck meldet schwere Produktionsrückgänge. Es ist nicht mein Verschulden. Da steckt dieser Ape dahinter. Just Rapture Farms. Jetzt auch Necromines. Das heißt, totaler Bau aller Vorräte. Es gibt keine Knochen, also keine Brühe. Es tut mir leid, ich kann nicht das Geringste dafür. Meine ganze Karriere ist gefährdet. Und daran ist nur dieser blau-graue Maul hält den Schnürsenkel schuld. Diese Sendung sponsert des Scrapcakes. Cracker lecker wie vom Bäcker. Cracker lecker wie vom Bäcker. Aber der erste Slogan hat mir besser gefallen. Schlucken statt Spucken. Dafür. So. Flügel 1. Ah, das wird ein Fest. So viele schöne Flügel. Mit so simplen Rätseln. Und die gehen so schnell vorbei. Okay, ich werde mich hier... Oh mein Gott! Zwei Sleaks. Bei einem Odaken. Was seid denn hier für welche? Ähm. Prinzip erkannt. Achso. Mh. Ah, ui. Wir brauchen beide, um den Strom zu aktivieren. Was ist das für ein Scheiß? Da müssen wir dich holen, Kumpel. Du hast aber schon ein paar Wächter, muss ich sagen. Könnt ihr nicht einfach abhauen? Was heißt denn hier? Was, 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 was? Ich hab mich nicht bewegt. Ihr konnt nix von mir wissen. So. Komm doch mit! Und stell dich da dran und weh, du... gehst dran vorbei. Oh, Alter, warte. Oh Mann, du bist so blöd zum Kacken. Aber ernsthaft. Okay. Warte. Okay. Warte. An die Arbeit. Hilfe! Hilfe! Gut. Hätten wir dich gerettet? Oder... euch geputzelt sozusagen? Geht der Strom auch wieder aus? Das wär voll nett. Weil da ist so ein... eleganter Hebel, den ich gerne... Okay. Alles klar. Aber das sind Flaschen. Gut, dass mir in letzter Sekunde einfällt. Irgendwas aktiviert. Ich hab keine Ahnung. Hier sind Flaschen. Hier ist ein Secret, Mann! Secret! Secret for the win. Ladebildschirm for the win. WTF! Ich dachte, ich komme jetzt von unten. Oh, das ist geil! Das ist geil! Hoffentlich packe ich das auf Anhieb, weil dann sieht es saugeil aus. Keine Bewegung, kein Problem. Ach, das ist noch einer. Lol. Und jetzt? Keine Ahnung, wo ich rauskomme. Und tschüss, Mann. Wenn du noch einen von mir tötest. Tschüss! Töte mich! Der Ludaken getötet, da muss ich mich umbringen, Leute. Es gibt keinen anderen Weg. Bum, 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 bum. Dum, didum, didum. Wenn du schießt, bist du ein Arsch. Da ist ein Brunnen. Soll ich in dem Brunnen oder was? Ich weiß gar nicht. Ah, ich weiß, wohin ich muss. Das ist lustig. Oh, Mann. Zieht euch das rein, die Scheiße. Ohne Scheiß. Die Scheiße ohne Scheiß. Oh Mann. Ich find's geil. Wartet. Wenn du schießt, bist du ein Mensch. Haha, habt ihr das gesehen? Wie ich die ausgetrickst hab? Bescheidene Frage. Ihr werdet sterben. Okay. Das müssen wir geschickt anstellen, den da unten töten. Was hast du gesagt? Können wir den übrigens auch? Jetzt können wir die da töten. Den zumindest. Ich bin so blöd. Warum sind die eigentlich traurig? Ist einer gestorben? Oh Mann. Ach Mann, Leute. Das ärgert mich. Wir können es nicht mehr schaffen. Wir müssen uns töten. Dabei ist alles so gut gelaufen. Alles so gut gelaufen. Ich verarsche jetzt. Lass mich. Dabei ist doch alles so gut gelaufen. Ich will doch nur sterben. Ich wollte ihn noch schlagen. Wenn ich mich schon dahin stelle, dann hau ich ihm auch auf die Gusch. Das ist es. Ein Secret. Dafür werden Secrets geliebt. Von meinen treuen Abonnenten. Ja. Wo bin ich? Ach da. Oh, musst du? Was bist denn du von Agro? Alter. Sonst geht es ihm noch ganz gut, oder? Moin, Herren. Das hat gut gepasst, wenn du schießt. Ah, ich bin... Oh Mann. Warum bin ich eigentlich so blöd? Da unten ist doch ein Schalter, wo du drauf springen musst, du Sack. Manchmal zweifel ich an meine Intelligenz. Zureicht. Na gut, das war nur mein Reaktionsvermögen, meine Aufmerksamkeit und so weiter. Oh, tschüss. Nein. Jetzt dürft ihr dran glauben. Wer ist Hilfe? Kann ich dich auch verprügeln? Nein, egal. Zu wenig Zeit. Der würde mich abknallen. Das spart. Ach so. Wie blöd bin ich eigentlich? Jetzt hab ich die immer noch. Kann ich den jetzt befrüßen? Das war saublöd von mir, ne? Kann ich denn jetzt irgendetwas anstellen? Das geht nicht mehr, ne? Was ist denn mit dem Brunnen? Wo bringt der mich hin? Zurück! Nee, das geht nicht. Hallo! Bring mich zurück. Ach, da unten! Na gut. Mach halt wieder hier weiter. Aber die sind immer noch tot, Mann. Ich hätte die vom Hintergrund aus töten müssen. Das erledigen wir. Das erledigen wir. Im Nu. Kill me. Aber das ist ziemlich schwer, den von da hinten zu treffen. Wo bin ich denn jetzt? Hab ich dir Quicksafe gemacht? Bin ich noch zu retten? Fahrt wieder anfahren. Und weh, ich bin wieder beim Zugabteil. Ich bin frisch in den Bohnenwerks angekommen. Ich bin eigentlich doppelt blöd, ne? Ich hab jetzt so viel... Wenn ich jetzt... Na gut. Das geht ja noch. Leute, habt Gnade mit mir. Ich will sie jetzt nicht rausschneiden. Ihr seid doch alle treu, Leute von mir. Wir müssen den nur kurz am Hebel ziehen lassen. Und dann geht's direkt weiter. Oh, tschüss, Mann. Okay, dich müssen wir retten und dann wieder ab ins Secret. Wir haben uns echt verbaut. Das ging nicht mehr anders. Was? Mollox Mundspray? Frischer Atem? Cool. Der macht sogar noch Werbung nach seinem Tod. Geil. Den Hebel will ich noch nicht ziehen, weil der löst irgendwie Alarm aus. Willkommen im Secret. Komm, gib mal Gas jetzt. Wie dumm. Herzlich dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen können. Mit dem Sleek vom Hintergrund nach vorne den anderen Sleek abzuknallen, weil das ist nicht einfach. Okay, dreh du erstmal deine Runde. Muss ja sehr spannend sein, dein Leben lang da ein bisschen rumzulaufen. Keine Bewegung. Natürlich nicht. Wie komme ich da zu? Oh, das war sehr schlau. Ah, das war sehr, sehr schlau. Nicht. Bitte, wo lande ich jetzt? Hab ich Kriegs-Safe gemacht? Ich hab kein einziges gemacht, oder? Lande ich jetzt am Anfang des Secrets? Nein, da hab ich eins gemacht. Hartrock. Adios. Adios, Carlos. Mein Gott. Welcher Honk hat eigentlich davon geträumt, dass ich das Secret beim ersten Mal schaffe? Secrets sind nicht so einfach, Leute. So wie eine Frau. Keine Bewegung, keine Bewegung, keine Bewegung. So. Für was anderes würde der Hebel nämlich gar nicht gut sein. Ihr könnt nämlich diese Teleport-Dinger nicht aktivieren. Kein Problem. Nein! Oh, bin ich's blöd? Warum mach ich das schon wieder? Ich bin doch total hirnlos. Umbringen. Kill me. Aber das ist wie Modak uns so schön ducken. Das find ich ganz nett. Gibt's vielleicht noch eine andere Möglichkeit, wie wir den Sleek da weglocken können? Ich mein, der folgt uns nicht nach rechts, zum Glück. Mir fällt nichts Besseres rein, du. Keine Bewegung. Natürlich nicht. Ich mach nie eine Bewegung. Jetzt denkst du aber bitte mal dran. Die sagen nicht Hilfe, die sagen Hilfe. Sind es Franzosen oder was? Teleportation. Okay, jetzt knallen wir dich ab, mein Freund. Aber erst im nächsten Part. Das wird spannend. Bis dann und ciao.